Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich müsste noch etwas sagen in Sachen YouTube. Dieses Video ist auch an YouTube gerichtet. Ich weiß nicht. Ich habe nur ein paar Mal Let's Plays von Minecraft halt geschaut. Aber von Deutschen. Und dann kommt mir YouTube mit englischen Minecraft-Videos. Und bester Beweis, hier. Wenn ich das jetzt hier mal anklick, dann kommt ein englisches Video. Also ich weiß nicht, was da momentan bei YouTube los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ach ja, und eins, wenn ich und, wenn ich schon bei YouTube bin. Ich habe schon irgendeiner downvoted meine Videos immer. Und genau das ist genau dann immer die, sind genau die, die dann meine Let's Flash-Videos sind, wo ich eigentlich in die Öffentlichkeit gehen will. Und der votet die einfach down. Ich meine, das geht doch einfach nicht so. Zum Beispiel das Let's Flash 09. Ja, hallo und herzlich willkommen. Moment, so ein... Dieses Let's Flash 09. An dem ich, an dem Video, an diesem Video habe ich übrigens alle Rechte. Von den Bildern und vom Ton her. Beziehungsweise des Effing Worms, diese Spiel-Geräusche, die kommen vom Effing Worms. Da hat das Kongregate die Rechte von dem Spiel-Sound jetzt, sage ich jetzt mal. Aber das Video habe ich jetzt selber gedreht und selber kommentiert. Und dann mag ich, und dann hasse ich es, wenn ich in einer Woche, in ein paar Wochen nochmal drauf schaue und die Leiste hier komplett rot ist. Und ich habe jetzt mir selber noch eine positive Stimme gegeben, dass das zumindest ein bisschen ausgeglichen aussieht. Aber dieser Hater soll bitte damit aufhören. Tschüss.